Nach drei Jahren hat Apple den iPod Touch überarbeitet. Äußerlich hat sich der neue iPod Touch gegenüber dem Vorgänger praktisch nicht verändert. Nur die Rückseite verrät den neuen. Ihm fehlt der versenkbare Loop, das kleine Knöpfchen an dem sich die Tragschlaufe einhängen lässt. Das große Update hat stattdessen unter der Haube stattgefunden. Im neuen iPod Touch steckt jetzt die Hardware vom iPhone 6. Im Alltag merkt man die zusätzliche Performance an kleinen Dingen. So laufen die Animationen etwa beim Entsperren oder beim Aufruf von Spotlight merklich flüssiger als auf dem Touch der fünften Generation. Zudem starten Anwendungen deutlich schneller. Lag der neue schon in den CPU Benchmarks um den Faktor 5 vor dem alten Touch, fällt der Grafikvorsprung umso beeindruckender aus. Die 10-fache Bildrate erzielte er in 3D-Tests wie dem GLBench oder dem 3D-Marktest iStorm Unlimited. Dass nicht nur synthetische Benchmarks von der zusätzlichen 3D-Power profitieren, zeigte ein Blick auf das Rennspiel Asphalt 8, in dem die Unterschiede ähnlich groß ausfielen. Den vollständigen Test des neuen iPad Touch lesen Sie in der Mac in AF4 2015. d.Key Vielen Dank.